Was sind psychomotorische Fähigkeiten? Psychomotorische Fähigkeiten sind Fähigkeiten wie Hand-Auge-Koordination, Gleichgewicht und Reaktionszeit, die sich aus einer Einheit kognitiver und körperlicher Funktionen ergeben. Alle gesunden Menschen entwickeln im Laufe der frühen Entwicklung einige psychomotorische Fähigkeiten, und viele Menschen entscheiden sich dafür, diese Fähigkeiten für Arbeit, Leichtathletik oder andere Aktivitäten weiterzuentwickeln. Ein Baseballspieler muss beispielsweise seine Hand-Auge-Koordinations- und Reaktionszeit stärker entwickeln als eine normale Person, um den Ball durchgehend zu schlagen. Psychomotorisches Lernen ist der Prozess, durch den Individuen die kognitiven und physischen Verbindungen aufbauen, die notwendig sind, um solche Fähigkeiten zu erlangen. Mit der Zeit verliert der kognitive Aspekt mit dem Üben solcher Fähigkeiten immer mehr an Bedeutung, da die Handlung selbst automatisch wird. Die Entwicklung einer psychomotorischen Fähigkeit erfordert die Entwicklung sowohl der kognitiven als auch der physischen Aspekte dieser Fähigkeit. Wer beispielsweise tanzen lernen möchte, kann nicht einfach ein Buch über Tanztechniken lesen, um ein erfahrener Tänzer zu werden. Er muss auch viel Zeit damit verbringen, die erlernten konzeptionellen Fähigkeiten zu üben. Nur durch diese Einheit von begrifflichem Wissen und körperlicher Praxis kann man tatsächlich neue psychomotorische Fähigkeiten entwickeln. Mit der Übung neigen diese Fähigkeiten dazu, automatisch zu werden, und erfordern nicht mehr viel Nachdenken. Der Tänzer kann zum Beispiel Tänze ausführen, die er geübt hat, ohne die Schritte in seinem Kopf zu durchlaufen. Viele verschiedene Fähigkeiten und Aktivitäten erfordern die Entwicklung psychomotorischer Fähigkeiten. Grundlegende Fähigkeiten, die während der frühen Entwicklung erlernt wurden, wie Gehen und Springen, erforderten die Entwicklung solcher Fähigkeiten. Viele Fähigkeiten, die später im Leben aus persönlichen oder beruflichen Gründen entwickelt wurden, z.B. beim Tippen auf der Tastatur oder beim Fahren, umfassen auch die Entwicklung psychomotorischer Fähigkeiten. Solche Fähigkeiten basieren auf der Anwendung einer Kombination grundlegenderer psychomotorischer Fähigkeiten wie Hand-Auge-Koordination, Koordination mehrerer Gliedmassen, Orientierung und Steuerung der Bewegungsgeschwindigkeit. Die kognitiven, assoziativen und autonomen Stadien sind die drei Hauptteile der Entwicklung neuer psychomotorischer Fähigkeiten. In der kognitiven Phase versucht der Lernende sehr gezielt, seine körperlichen Bewegungen auf der Grundlage seiner begrifflichen kognitiven Ideen zu lenken, was in der Regel zu langsamen und unbeholfenen Bewegungen führt. Die assoziative Phase erfordert weniger Nachdenken und ist durch eine Zunahme der automatischen Bewegungen gekennzeichnet. In der autonomen Phase wurden die notwendigen Bewegungen für das Muskelgedächtnis eingesetzt, und der Lernende muss nicht länger über sie nachdenken, um sie auszuführen. Der Lernende kann die erlernten Bewegungen dennoch durch Übung verbessern und verfeinern, so dass es nicht erforderlich ist, beim ersten Mal Perfektion zu erreichen. Beideein